hallo liebe evo shop fans hier bin ich euer flyfreak alias thomas minder und heute hier aber noch ein geiles paket was wir hier richtig ausschließen können und aufmachen können mal reinschauen können ah da sieht man ja schon was critical critical mask das bedeutet schon mal ein bisschen schnell ein bisschen racing critical mask 110 zentimeter spannweite fliegt mit 4s 2200 media ampere und jetzt machen wir das ding mal auf schauen wir gucken wir mal rein hier sieht aber wunderschöner schön alles abgedeckt so soll es sein gleich mal den spinner wunderschön auch hier gemacht alles schon schön fix fertig zusammen sieht doch gut aus und jetzt gehen wir ans auspacken liebe freunde so wir nehmen jetzt mal den hauptflügel raus ihr seht wirklich schön dick gemacht also ich würde mal sagen da geht was da geht power der muss richtig abgehen weil der ist doch wirklich schön dick gemacht ihr seht das alles schön fertig fahrwerke drin schön alles angelenkt alles wunderbar fertig hier sehen wir den servo nicht weil der ist hier drunter aber wirklich alles wunderbar schön drin flaps querruder alles dabei und da würde man sagen schauen wir mal ein bisschen weiter da haben wir doch noch so ein bisschen das höhenruder dann natürlich die bedienungsanleitung die ganzen spinner dann hier noch ein bisschen kleinteile drin glaube ich so wie ihr seht jawohl ein paar schrauben dann kommen wir hier schnell zum schönen rumpf wie eine geile maschine seht euch das mal an wirklich wunderbar gemacht alles auch schon fertig sporenrad dran sogar mit der abdeckung die man zwar nicht schließen kann aber super aussieht vorne können wir aufmachen und pilot ist drin alles ist da vorne alles schön fix gemacht da könnt sogar wahrscheinlich ein 333 noch platz haben und pilot mit hier vorne seht ihr mit dem display zusammen alles drin echt cool gemacht so und jetzt gucken wir mal weiter was wir sonst noch haben so was haben wir hier noch drin hier aber natürlich noch den wunderbaren vierblatt propeller also ihr seht schon wir haben hier glaube ich fast nichts zu machen da haben wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen leiden drin würde ich jetzt mal sagen oder ein paar kabel ich hab doch recht gehabt da haben ein bisschen blut drin leiden wunderbar dabei hier paar werkzeuge paar schrauben noch wo man machen müssen und hier noch das kleine kabelstängli das würde ich mal sagen das ist für das höhenruder somit haben wir alles draußen somit würde ich sagen sind wir bereit jetzt gehen wir los mit dem aufbau liebe freunde euer flyphy bis gleich so wir machen uns jetzt daran eigentlich als erster schritt wo wir eigentlich jetzt schon praktisch fertig sind diese ruderhörner hin zu machen und zwar sollten das eigentlich verschraubt werden geht aber nicht also die schrauben fassen nicht wir machen jetzt hier an von beiden seiten zwei kommen in den leimrand schreiben das durch von hinten die platte rein durch schrauben fertig anders geht es nicht so sieht jetzt das ganze aus alle ruderservo alle lenkten angeleimt überall flaps querruder seitenruder höhenruder haben wir jetzt alles gemacht jetzt gehen wir zum nächsten schritt zum nächsten schritt gehen wir jetzt hier an diese kleine karmenstange da machen wir jetzt hier auf der einen seite nur mal ein bisschen zweikomponenten rein schieben die dann hier so schön rein lassen sie trocknen und dann gehen wir zum nächsten schritt das bedeutet wir stecken das ganze hier durch tun hier zwei komponenten rein ran ein bisschen hier noch durch stecken schön trocken lassen und dann das ganze von der anderen seite nochmal so den restlein haben wir jetzt hier ran gemacht jetzt können wir hier schön rein fahren wirklich schön bis zum anschlag hin drücken runterfahren danach nicht mehr allzu groß irgendetwas bewegen einfach nur rein tun das können wir hier mit dem restlein was wir haben hier noch ein bisschen füllen einfach mit dem finger schön durch streichen so das noch ein bisschen trocken lassen und am schluss wenn ihr wollt dann mit ein bisschen restlein noch auffüllen so hier drin noch ein bisschen leim ran könnt schön reingehen einmal schön durchfahren bisschen schön fürs drei es muss nicht absolut mega voll sein einfach so dass es gut genug leim dran hat könnt ihr wegnehmen die hände schön abstreichen vom fetten leim und dann natürlich gucken wie muss es passen hier muss es passen und dann nach unten einmal schön durchziehen schön hier rein gucken auf der anderen seite hier wird zum problem dass wir hier nicht so weit rein gehen dürfen hier nachschieben kommt schon raus und dann von dieser seite natürlich genau das gleiche auch oben rein fahren gucken dass unten ein bisschen passt schön rein schieben bis zum anschlag hin jetzt das ganze umdrehen ganz wichtig und jetzt natürlich anpassen das heißt hier schön die karvenstange rein schieben jetzt kann man hier damit es schön hingeht was schön passt hier noch ein bisschen raus nehmen ein bisschen nach drücken dass das hier auch ein geht passt und jeder noch mit zwei komponenten leim einfügen schön anpassen rein drücken wir kommen jetzt hier durchs heck noch ein bisschen durch wir denken mal es sollte eigentlich passen vielleicht hier auf der seite doch ich würde sagen das passt das sieht genau gleich aus auch vom abstand her von hier nach hier und hier nach hier sollte es in etwa den gleichen abstand haben das können wir jetzt noch kurz mit dem meter nachmessen seht jetzt hier wir haben hier 25 in der mitte von der beugung auf der anderen seite haben wir ebenfalls ja nicht ganz wir können hier noch ein bisschen klein reindrücken oder hier noch ein bisschen raus so ihr seht ihr zum schluss wir haben jetzt hier fertig verleimt ist alles wunderbar am schluss könnt ihr von der anderen seite noch hier ein bisschen rein drücken dass es hier wirklich schön fix ist wirklich ein zwei minuten hier schön drücken damit sich nicht verzieht das alles schön gleich lange hat passt dann können wir umdrehen von hinten wieder angucken wunderbar gerade passt alles sitzt alles hält jetzt gehen wir zum nächsten schritt zum hauptflügel und danach noch zum propeller und dann sind wir schon so weit liebe leute jetzt gehen wir weiter zum hauptflügel den steil würde ich aus und ansatzmesser legen wir auf die seite und zwar ist es jetzt eigentlich eine ganz einfache hier oben haben wir die kappe schon mal weggenommen hier seht ihr das kommt natürlich unten hin hier haben wir die kabel da könnt ihr jetzt hier schön das weg nehmen wenn ihr wollt könnt ihr aber auch dran lassen wir nehmen es weg weil wir wollen es nachher schön machen das einfach weg die kabel schön rausnehmen wunderbar ist ihr seht kein y kabel brauchen wir auch nicht und zwar aus einem grund denn hier unten wie ihr seht haben wir hier schon alles eigentlich verkabelt auf einer platine somit können wir die jetzt einfach hier wieder reinstecken ziehen diese kabel hier einfach unten durch das bedeutet wir legen die hauptflügel schön hin geben die vier kabel passen sie hier durch die mitte durch so dann kann man sie hier nachher schön nachziehen und voilà ihr guckt natürlich dass es hier dann schön passt geht hier schön nach vorne hier kann man reinklicken das ganze dann hier nach runter drücken natürlich zuerst schauen dass alles schön passt rein machen hier unten mit den schrauben befestigen eins zwei drei vier hier und das war es dann schon zum hauptflügel befestigen wir zeigen euch dann wenn es fertig ist bis gleich so wir ziehen jetzt hier noch die letzte schraube an hier auch noch ein bisschen nachfassen wir gucken ob alles hält hält sieht doch mal schon ganz schick aus oder jetzt kommen wir natürlich hier noch zum propeller dann lassen wir natürlich noch das schöne fahrwerk raus machen die anlängstangen hin und dann kommt der kleine test ob alles funktioniert ob der motoren sound auch geil ist und dann nächstes mal seht ihr dann den flug liebe leute bis gleich als nächstes gehen wir jetzt ran den spinner und den propeller rauf zu machen dafür brauchen wir hier ihr seht schön haben wir hier so eine sechskantige einkörbung so wie hier auch also nichts einfacher als das darf einfach hier rauf gehen hinten gucken passt sitzt sensationell wir nehmen den propeller drüber fahren drauf drücken passt wir nehmen diese absperrung hier drüber gehen passt wir nehmen das hier einfach schön nur hier rauf schrauben ganz locker ist richtig eine geile sache einfach fest drehen weil ihr könnt hier nichts falsch machen hinten schön an die kerbung ran drücken hier schön anziehen könnt ihr auch noch zum richtig fest befestigen hier hat es ein kleines loch ihr geht hier mit dem schraubezieher rein und zieht hier einfach noch ein bisschen nach so nächstes hier spinner rauf gehen schrauben nehmen schrauben hier durchfügen so kommt hier hinten raus drauf gehen und rauf schrauben und schön rein drehen bis sie fasst dann könnt ihr euch hier schön loslassen und langsam rein zu drehen so lange rein drehen bis der spinne dann ganz dran ist er mittelt sich dann selber er mittelt sich dann selber er mittelt sich dann selber jetzt noch zum letzten schritt das bedeutet wir machen noch die ganzen andenkungen hin also als flaps querruder höhenruder und seitenruder und danach machen wir den check schrauben beides อีก อีก Pretty cool. so liebe leute hier haben wir die critical mass wir haben jetzt ein bisschen zum großen akku reingemacht einfach mal nur zum testen und jetzt seht ihr mal ein bisschen das ganze von außen wir zeigen jetzt euch mal die ganzen sachen wie zum beispiel die flaps die müssen wir hier dann noch ein bisschen anpassen seht ihr die sind noch nicht ganz drin aber von stufenmäßigkeit her passt das schon mal ganz gut wunderbare sache passt dann als nächstes natürlich das fahrwerk passt wunderbar exzellent natürlich auch die querruder haben wir auch mal hier schön zeigen wunderbare sache wie ihr seht haben wir das rad um das auto einstellen zu können habt ihr hier eine schraube hier mit der schraube fixiert einfach kurz lösen das rad hinten schön fixieren und das ganze wieder anziehen fertig so wir machen jetzt mal noch schnell den kontroll check vom ganzen flieger das heißt wir schließen das ganze hier mal schnell kurz an das passt wir gucken jetzt natürlich von hinten her mal hin an ob auch die querruder passen oder das höhenruder jawoll seite passt auch wunderbar die querruder passen auch und jetzt natürlich ganz cool die flaps und zu guter letzt natürlich auch noch das wunderbare fahrwerk meine lieben freunde und natürlich wieder raus flaps wieder rein und jetzt noch den motoren sound aho geil so liebe hippo shop fans hier bin ich noch mal euer flyfreak danke alten hippo shop selber für den flieger und jetzt als die helle chatten die ich sagen auch noch nicht see you pilots bis bald tschau tschau tschau